Ich hab gedacht, die sind weg. Und dabei war ich doch extra leise. Ich hab noch nicht mal einen fahren lassen. Ich kürze mal ab und versuche, die mal auf den Kopf zu spüren. Springen! Es fängt schon wieder richtig geil an. Wie soll ich denn hier nach Hause kommen? Hier geht das doch ja nie nach Hause. Das geht doch hier auch nie nach Hause. Das ist doch hier auch wieder eine Sackgasse. Ich rieche das doch. Fahr die jetzt einfach um. Die sind doch schon tot. Was soll da noch passieren? Muss ich hier ja auch mit mir anlegen. Hier, das ist ja... Jetzt reicht es. Wo bist du? Ich mach dich weg. Noch einer? Los, komm her. Jetzt werde ich aggressivo. Nicht placebo, sondern aggressivo. So, meine Lieben und Leidensgenossen. Herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die. Mit mir in den Kabin. Und ich hab schon wieder Sauwetter erwischt. Na, so eine Kacke aber auch. Sehr gut ist, äh, wir haben jetzt so drei Kilometer vor uns. Also, bis wir da sind, hab ich, glaube ich, die 6 Uhr erreicht. Und dann werden wir noch eine Quest machen. Äh, mal kicken. Äh, in der Zwischenzeit dürften alle Zombies, die da unten rum gewatscht sind, tot sein. Ich hoffe es. Denn über Nacht hab ich so ein oder zwei Viecher gehört. Es war... Keine Ahnung. Hier in zerstörten Biom ist das immer so eine extra Anstrangung. Äh, Strengung. Anstrangung. Äh, Strangulierung eher. Nee, die sind doch noch da. Ich hab gedacht, die sind weg. Und dabei war ich doch extra leise. Ich hab noch nicht mal ihn fahren lassen. Äh. Also. Da kommen sie. Da kommen sie. Von wegen Ruhe. Ja, ja. Ich weiß, ich hab sie gehört. Ich kürze mal ab und versuche die mal auf den Kopf zu springen. Bringen! Es fängt schon wieder richtig geil an. Also das... Genauso wollte ich die Runde anfangen. In Stress. Ich hab gedacht, die sind weg. Ich hab gedacht, die sind so Nachtzombies. Und, äh... Ja. Ich hab den frei. Sieht nicht danach aus, ne? Komm ich jetzt hier durch? Nee. Versuche jetzt einfach hier runter zu rennen. Und dann baller ich die weg. Damit seid ihr noch einverstanden. Ich werd mir jetzt noch mal die Axten brechen. Aber so was kommt. Nein, nein. Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Wollte nicht sterben. Also hab ich nicht vor. Ich hab mich gerade erst hochgeheilt. So ein bisschen. Hab ich. Uschi! Wo bist du? Das ist ja immer wieder typisch. Wenn du mal Uschi brauchst, ist keine da. Erste Hesten. Ich muss mit dir nochmal reden. Ich wollte doch bloß jetzt die Quest abbieben. Bauabschlange. Alter, ich hab mir die ganze Nacht hochgeheilt. Ich hab Zeug gefressen. Alles. Äh. Jetzt aber weg. Ich glaub, das ist jetzt ne Jute-Idee zum Verschwinden. Also, bis gleich. Ich muss weg hier. Das ist ne Jute. Keine gute Kombo. Na, jetzt muss ich erstmal nicht rausfinden. Na ja, einfach die Straße folgen, ne? Jetzt soll schon mal ein juter Anfang sein. Wenn die Straße auch dahin führt, wo ich denke. Na ja, ist das hier ne Straße ins Nirgungswo. Ja, ja, lass mich doch mal in Ruhe. Ich muss mich konzentrieren. Hier ist rechts vor links. Ah, das kann was werden. Warum hab ich jetzt auch jemanden Flattermann? Das ist doch total unlogisch. Ist das dein Ernst? Ach, nö. Ist ne Sackgasse. Das Spiel hat mich schon, weil er getrollt. Ja, troll dich. Och, das ist doch nicht. Dieser Weg. Der wird kein leichter sein. Der ist total scheiße. Und voll schwer. Ich hasse das. Wir werden hier sterben. Wir werden hier niemals nach Hause kommen. Hey, wenigstens das Tor offen. Wie soll ich denn hier nach Hause kommen? Hier geht das doch ja nie nach Hause. Windepunkt hier. Das ist voll der Windepunkt hier. Gehen wir aus dem Weg. Können Sie ruhig mal besser ausschildern. Das geht doch hier auch nie nach Hause. Das ist doch hier auch wieder ne Sackgasse. Ich rieche das doch. Ich fahr hier jetzt 20 Runden um den Block oder wie? Gut, aber wenn ich jetzt durch die Pampa fahre. Zwei Kilometer, hallo? Das ist auch nicht gerade zu... Äh... Naja. Zu empfehlen. Was ist denn im Kopf, oder? Ja, wie kann ich? Alter, das Altmurz ist der... Alter, mit dem muss ich nochmal sprechen. Nochmal so eine Quest, alter Augenring. Äh, noch so ein Ding Augenring. So. Ist ja... Hallo, mach dir einen Stein. Ach, das ist ja kein Stein. Das ist ja Eisen. Ja, und wie gesagt. Du kannst dich mit zig Zombies prühen und kommst mit einem blauen Auge dron und wenn hier eben so ein Geiermeier kommt, du, zack, bist du fast tot. Naja, gut, jetzt bleib... Ach, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, jetzt bleib draufhängen, bestimmt. Kenn mich doch. Naja, lass mich in Ruhe. Den anderen auf den Sack. Fahr die jetzt einfach um. Die sind doch schon tot. Was soll da noch passieren? Alter, die ganzen Steine. Alter, das... Ich mag nie mehr. Kann ich nochmal die Steuer übernehmen? Ja, siehste? Keine Schuld. Muss ich hier ja auch mit mir anlegen. Das ist ja... Jetzt reicht es. Wo bist du? Ich mach dich weg. Noch einer? Los, komm her. Jetzt werde ich aggressivo. Nicht placebo, sondern aggressivo. Da ist der Grüne. Ich bin gerettet. Ach, hier ist Eisen. Ich bin am Arsch. Los, komm her. Yeah. Pass auf, kleine Miene. Buff. Schieß dir in Pien, du Junge. Du Junge, vor allen Dingen. Siehste, ich bin so ja nur höflich. Dankeschön. Noch ein bisschen schieben. Ja, noch ein bisschen. Ja, noch ein Stück. Ja, noch ein Stück. Sehr liebens, ihr würzig. Und ich fahr nochmal auf. Das ist schon wieder so ein Austin Powers Moment. Ich hab das schon wieder so ein Gefühl. Anstrengend. Jetzt aber weg. Ich hab keine Lust mehr. Was lernt denn da raus? Bei dir nehmen ich nie wieder eine Quest an. Der Kacker. Wo ist denn hier der Weg? Gibt die Tür auch noch einen Weg? Juhu. Ah ja, erzählt einen anderen. Sprich mit der Hand. Ups. So, und da bin ich hoch, Willa. Wir haben fast unser Ziel erreicht. Ich hoffe, dass es sich jetzt lohntut. Quest-technischerweise. Na ja, gut. Kann man ihn nicht vorwerfen. Ich hab's mir ja schwerer gemacht. Nicht er. Also auch schwerer in Sachen Blödanstellung. Und so. Aber das ist ein anderes Ding. So. Ich will mal wenden. Alter, weiter. Der wie ich das war. Schwer war der. Und wie ich das versprochen hab. Wir haben 6.07 Uhr. Und sein Hax ist immer neu gebrochen. Du bist ein Weichlappen, bist du. Erster Jötik macht doch schon Tai-Chi. Moment mal. Ich hatte da einen kleinen Zwischenfall. Piepmätze und Zombies. Und natürlich hier diese Eisenpoller. Ich hasse die. Am liebsten würde ich jetzt in der ganzen Wüste da die alle wegkloppen. Aber das wäre ja... Eine Jahresaufgabe hier. So, Junge. Wir... Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Am Ende wird das enden. Ist auch geil. Äh... Das sieht wohl wahrscheinlich die ganze Kohle einschmelzen. Ach, nicht. So endet das immer bei mir. So, Ersatzknack... Eklastig. Und normalerweise... Ihr müsstet die mal auseinanderbauen. Reparieren. Und rein theoretisch sollte es doch so sein, dass die auch unterschiedliche Stats haben, ne? Äh... Ja, ist doch gut. Warte mal kurz. Ja, warte doch mal ab. Halt doch mal deinen Sabbel. Ich versuche gerade den Leuten was zu... Verschecken. Dummheit anzuquatschen. Wahrscheinlich würde das nicht funktionieren. Das meine Dummheit. Nee, du seid's eigentlich bloß. Boah, ich wollte gerade sagen, habe ich die jetzt gescrappt? Kann doch ja nicht sein. Oh, hier ist ja noch Farbe drin. Da ist ja Farbe drin. So. Jetzt bin ich gespannt. Wie gesagt, die Pimps haben damals gesagt... Unterschiedliche Stats. Na, das testen wir mal. So, wir haben hier 61... 69, 69, 1. Sechs Sätzen. 67. Tatsache. Siehste, vertraut den Pimps. War nicht in allen, aber... Ja, gut. Das heißt, wir haben eine neue Knifte, die ein bisschen stärker ist. Das ist ja scheiße. Dann muss ich das ja jedes Mal testen. Und wer macht denn sowas? Gut, ich würde es machen. Machen wir uns mal nichts vor. Aber dann würden auch die Folgen etwas länger dauern. Dann machen wir uns auch noch vor. Warte mal, was kriegt denn hier? Das müsste ja Munition sein, ne? Und nochmal. Yes, Alter, wir können... Ich habe noch zwei da. Jetzt die nächsten zwei. Wir können uns vier Stücken aufstellen. Wenn ich dann überlegen, ob ich das wirklich mal mache. Dann ist es wirklich, kriegt der Sterne. Dann kommen die hier hin. Munition, alle. So, Munition ist da. Ist das richtig? Moment mal. Ich wollte gerade sagen. Jetzt sah irgendwie anders aus. Irgendwie nicht... Wie es sein sollte. Äh... Hm. Gut. Wir machen erst mal... Ich brauche was anderes. Ich brauche eine Abwechslung. Ich mache... Es ist aber Nacht. Ich will nicht nochmal nachts machen. Ich habe gerade erst eine Nachtschicht hinter uns. Ja, nee. Das ist ja... Viererquests ist ja alle um die Ecke. Schon mal nicht in der Wüste. Äh, äh... Im Zerstörten. Das ist schon mal ein Vorteil. Wie gesagt, ich will nicht nochmal. Alles. Nur nicht das. Es hat alles ein Ende. Nur die Wurs hat zwei. Jawohl, mein Schatz. Es ist vorbei. Gut. Dann würde ich mal sagen. Schauen wir mal, was das Inventar sagen tut. Ich weiß, was das sagt. Aber das ist ein anderes Ding. Gut. Knut. Dann gucken wir mal, wa? Äh. Na ja, gut. Hier sind noch irgendwie Sachen drin. Pass auf. Ich mache das Inventar leer. Ich kochiere uns schon mal hin. Und wir sehen uns ja, wenn wir da... Wenn ich da bin. Also. Da. Vor der Haustür. Also. Bis gleich. Gehen Sie mal raus den Weg hier. Das kann ja wohl nicht so angehen. Das ist ja... Äh. Ich packe mal kurz hier ein. Ah. Raten Sie, bis Sie dran sind. So. Ich hab das dir sehen. Du siehst nicht aus, als ob du versichert bist. Junge. War ja klar. Dein Kumpel ist da. Warte mal. Funktioniert doch viele, viele besser. Warum hat das nicht gleich so gemacht? So. So. Äh. Ich wollte gerade sagen, traute Teil im Glück allein. Aber das ist ja nicht mein Zuhause. Aber. Kann sich halt nur einer... Nee. Ich zieh nicht um. Tü, tü, tü. Ja, ist doch gut, Junge. Die zehn Minuten. Hab dich mal nie so. Wo denn weg? Heute. Im Sonneangebot. Hm. So. Guck mal, ich sollte nicht da rüber springen. Oh, mein Dude. Komplett auseinanderbrechen, Dude. Was? Wo? Hä? Boah. Kombo. Mensch, du. Ich komme aus dem Weg. Ich stelle die nicht zwischen mich und meinen Reisen. Ist egal. Loot ist Loot. Was soll bei Hanono-Joghurt anders sein? Hallo. Hab ich hier irgendwas übersehen? Wahrscheinlich ja. Ist aber nicht so schlimm. Dann mache ich hier die Schwarzenegger. Ich bin weg. Oh. Hallo. Gehen Sie weg. Wer sind Sie? Kennen Sie doch gar nicht. Was? Wo denn? Bin doch gerade jetzt mal um die Ecke gekommen. Wie kann er denn jetzt schon wissen? Haut her. Er hat bestimmt Durchfall. Doni? Ab heute kommst du... Du wirst auf Diät gesetzt. Oh, dann bräuchte ich doch ja nicht. Was du? Wo sind die denn hier? Ich hab das letzte Mal schon geguckt und hier... Die sind ja nicht hier. Erst wenn du da unten bist. Weil sonst wären die nämlich jetzt schon aggro. Sind sie aber nicht. Oh, und du sollst nämlich hier lang gehen. Ist doch gut. Ja, acht Minuten. Acht Minuten. Terrine. Äh, jetzt ist Zeit zum Brennen, wa? Wo bin ich hin? In Haarbisschen. Ist ein Flammung. Oh, jetzt sind sie da. Jetzt sind sie da. Jetzt sind sie da. Ja, ja. Oh, Jens. Es ist schön, dass die in eine Reihe gehen, wa? Der ist ja grün. Ich bin runtergefallen. Ich sehe nichts. Dankeschön, Doni. Danke für deine Unterstützung. Ich wollte gerade sagen, erst hat X hinter mir, jetzt habe X vor mir. Oh, ja, einfach. So, äh, Bruni? Wo ist der Weg? Da. Es waren doch ehens viel Stück, ne? Der Hund ist noch ja nie da gewesen. Die sind alle noch da hinten. Jetzt heißt ich muss aber hier nochmal durch. Ah, ich bin immer noch der Meinung, die sieht ja nie so schlecht aus. Ein bisschen pusten, dann ist er doch fast wieder sauber, die Pizza. Da kommen wir auch noch hin. Ja, ja. Aber ich muss denn den ganzen Weg hier zurück? Und oben auf dem Dach? Frag mich gerade, sollte Kehrze hier denn looten? Weil sonst sitzen wir morgen hier noch. Aber das will ja meine Natur. Also, ein bisschen kann ich ja übersehen oder so. Oder ignorieren. Aber dann nicht alle. Kann ich nie machen. Denn, dann werde ich in der Nacht wieder wach und dann kann ich... Ich hab's da, ihr seht. Äh, ihr seht. Wer Wind seht, wird Sturm ernten. Naja. Immer noch nie tot. Ist ja mit dir los, Junge. Ich weiß einfach nicht, wenn er sterben soll. Lass mich raten, du hast... Ja, ich habe keine Schuppe mit bei ihm. Na gut. Na, kommen wir wieder dazu. Er war stets bemüht. So. Aber wo ein Weg ist, ist auch eine Tür. Weißt du, was das Schöne jetzt zur Zeit ist? Also noch. Schaut mal mein Inventar an. Wir sind schon hier drin. Das war... Naja, ich weiß. Also, es ist schon schwer. Ich merke das. Der innere Schweinehund, der will zugreifen. Ab und zu kommt da durch. Und die Windoberhand. Zum Beispiel jetzt. Ah, scheiße. Schon verloren. Ich höre immer bloß. Gib dich hin. Ich erde dich nicht. Soni! Aus! Sitzplatz! Pipi-Wasser. Ah ja. Wir können bloß hoffen. Ah, jetzt sind wir ja schon wieder... hier im Hinten. My senses have picked up something. Das ist wohl linksnext geradeaus. Bitte geben Sie Ihre Hand. Oder fallen Sie einfach durch. Das geht auch. Durchgefallen. Wo ist denn der... Plaschnüffler? Nichts, dass hier ein Hund ist. Und ein Spider. Spider-Man, Spider-Man. Rind, 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 Rind. Wo ist er denn jetzt hin? Das ist ein Zombie. Das ist ein Zombie. Den kannst du nicht mehr retten. Der Treffer-Code ist heute... Es sinkt schon wieder. Hallo. Sitzt der da in der Tonne drinnen? Ich hab was gesehen. Ich triff den nie. Was macht der denn? Ich... Ich muss rum. Ich muss mir das auch so näher angucken. Das sieht nicht so gesund aus. Ach, das sind's wehe. Pinky und Henke. Oder Henke. Oder wie das heißt. So, wie macht er das? Das ist doch gerade schon wieder so ein Miracle-Wip. Hm. Das ist bestimmt, dass man die auseinanderhalten kann. Oh Junge. Genau mein Humor. Oder haben wir schon eh ein Blümchen? Ja, ja, ich geh's. Ich hab das ja gemacht. Und das ist schon wieder so ein Ding. Warum lade ich... Ich hab gerade mal einen Schuss rausgeballert. Warum lade ich nach? Jetzt ist doch total... ...played. Wie ist das da oben? Da ist zum Bleistift Ena drinnen. War bis jetzt immer so. Ich wollt grad sagen, wo ist denn jetzt der Hund? Da ist der Hund. Und der kam... Ach, der kommt von da. Der kam doch sonst immer von da. Toni? Also entweder haben sie was geändert oder... Jut. Ich seh weiße Mäuse. Ach ja, ich weiß. Du bist verletzt. Keine Macken. Äh, keine... Äh, ihr wisst schon. Automatische Schrutze. Aber ich spüre das. Wir werden sie irgendwann mal bekommen. Wenn ich heute... Denn morgen... Oder übermorgen... Und über, über... Das geht auf deinem Konto. Mal gucken, ob sie das schon überwiesen haben. Hartz-Fünft-Paste. Hahaha. Oh, Junge. Holy Moly. Hau ab. Der ist meine Kohle. Du kriegst die nicht. Hab's die jetzt in meiner Tasche. Der ist mir. Ich hab doch bloß eh mal geschossen. Master, we are not alone. Ach, warte, nee, saß. Also ich bin mir da nicht so sicher. Ich seh da eh ein, zwei Pünktchen. Das sei, oder die Wände haben hier gelb sucht. Oder so, was in der Richtung. Ein Korb. Oh, der war ja schon letztes Mal hier. Jetzt ist Korb down. Das macht noch nie Plong. Das ist ja noch nicht an der Tür. Die ist noch an der Wand. Ausdauer hat sie. Hier muss man eh hier stehen. Hab ich schon. Kann weg. Hui. Hui. Setzt sich der Scheiße aus. So, äh. Ich korrigiere das von vorhin. Also. Wie gesagt. Er war stets bemüht. Warum hab ich das Klee noch in der Tasche? Die Auflösung gibt... Äh. Die Auflösung gibt es nächste Woche. Vielleicht. So, das kommt auch mit. Pass auf. Und jetzt ist sie hier oben. Ich lade schon mal nach. An die von mir? Nee. Nee, die soll der an die uns sehen. Hm? Mhm. Ja, ja. Du, ich wehs. Ich versuch dir ja ein bisschen hier rauszulocken. Manchmal funktioniert. Manchmal nicht. Ach so. Ich hab mir grad gewundert, warum ich nie nachladen kann. Ohne Munition. Nix nachladen. Ist aber auch nie nötig. Schrutze macht's. Weil dürfte jetzt auch nur starr sein, mir. Ja, ja. Ist doch gut, Junge. Du tust immer so. Als ob man den amputieren muss. Amputieren. Oder so. Und da hinten müsste er noch einer untersehen, ne? So, das Ehen ist doch weg. Fünf bis zehn Minuten. Und mit Vantage. Hallo? Willst du mich verarschen? Hallo? Ja, nuscht. Genau unter uns. Da ist er. Kommen wir noch hin. Hammer, Junge. Die anderen hab's nicht gehört. Gut, müssen sie nicht. Hab ich schon? Hab ich schon? Hab ich. Aber wie gesagt. Öl stelle ich nämlich gern an. Dankend. Jetzt versuchen wir da. Schrutzen technischerweise. Einfach den zweiten. All platt zu machen, was kommt. Ich glaube, das ist ne gute Idee. Die sind variant. Ja, okay. Ich hab das ja auch so eingestellt. Heilhörig und so, ne? Äh. Jetzt sind sie aber heller von Sinn. Aha. Aha. Ist das zu? Jetzt sind bloß noch die hier unten. Also. Wo ich jetzt hier rüber muss. Geht doch gleich so. Wart uns den Weg. Alalala. Dupdi-dupdi-da. Ich geh gleich. Wir wissen ja, wo es lang geht. Ne, hier komm ich doch ja nicht durch. Wenn die schon mal anschauen. Machen wir die. Denn hier. Team-Check noch. Komm mal nochmal hoch. Dankeschön. Sehr lieb, siehwürzig. So, und jetzt müssen wir hier immer rum. Ja, ja. Ist doch gut, Mädel. Schill mal ein bisschen. Du hast doch alle Zeit der Welt. Ich nehme ja sonst mal was hier hinterher gewesen. Äh. Ich weiß das nicht. Ist aber auch egal. So, und dahinter sind denn die ganzen anderen Zombies. Die ganzen Zwieher. Naja, vielleicht auch ein oder zwei mehr. Verdammt. Verdammt, ich spring hier. Wir springen hier nicht. Achso. Hä? Achso. Hier drüber. Und die sind doch in diesen Tresor-Dings. Und dann, äh. Genau. Warte mal. Ich hab da so eine Erinnerung. Hier. Dann kommen sie mal bitte hier runter. Und rum. Diesmal nicht, Junge. Diesmal nicht. So. Diesmal sind wir cleverer. Noch nicht down. Ich würd mal sagen, wir haben's geschafft. Looter. Warte, Zeug hält. Ich mach mal hier die Tür zu. Bin ich hier gestört, während. Gut. Äh. Es könnte in zwei Sequenien dauern, ne? Wir sehen uns gleich wieder. Es sei. Hier ist irgendwas Interessante drin, ne? So. Da bin ich auch wieder. Also ist nichts Interessantes drin gewesen. Ähm. Bisschen Munition. Bisschen was zum Naschen. Und ja. Fahrrad. Fülle Müll. Naja. Aber diesmal wenigstens eine Meisterin gekriegt. Im Inventar. Also ich musste nicht so viele wegschmeißen wie sonst. Äh. Naja, gut. Dafür ist mein Bumps jetzt voll, wa? Also da war viel, viel Nahrung, ne? So. Ach, da hinten ist ja noch eine Kiste. Aber das ist auch bloß eine Nahrungskiste. Und dann sind wir hier durch. Dann haben wir's geschafft. Wunderhaft. So. Neh mal auch mit. Äh. Jetzt wird's aber knapp. Gut. Ich mach den Kleen. Dann ist das der Kuppa. Und dann die Kartoffeln drin. Und dann ist das gut. Gut. Okay. Dann hauen wir mal ab, wa? Gut. Mal sahen. So. Da bin ich hoch. Willa. Naja. Hat ja auch nie so lange gedauert. So. Warte mal. Ich mach mal kurz hier mein Inventar ein bisschen leerer. Mit den geilen Scheiß, den wir gleich kreieren. Es wird bestimmt ein Trauerspiel sein. Aber hey. Vielleicht auch einen neuen Händler. Ist ja auch die Möglichkeit. Die besteht ja auch. Ich würd die nehmen. Hey. Die brauchen echt mehr Händler als bloß vier Stück. Äh. Vor allen Dingen mit ne größere Auswahl. Moment mal. Militärhandschuhe. Was hab ich denn jetzt? Das sind doch diese Klapphandschuhe, die ich noch anhabe, ne? Oh ja. Und vor allen Dingen Ohr auf blau. Äh. Jep. Ich war mir jetzt gerade nicht so sicher. Jetzt bin ich mir sicher. So. Dann tauschen wir das nämlich auch aus. So. Äh. Und das kommt dann bei mir hin. Hallo. B hab ich gedrückt. Zumindest hab ich gedacht, dass ich B gedrückt hab. Ja. Ist doch Knorke. Noch schnell. Ich wollt das doch bloß reparieren. Ach ne. Ich muss halt erst mal in die Hand nehmen. Na gut. Äh. Weiter. So. 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 Und das andere wird verkauft. Ach. Schnicker. Da hab ich mich die letzten Motze noch mit drin geschmissen. Das verkauf ich hoch gleich mal. Mein Start hier halt. Ja. Und hier die. Ja. Was soll ich damit? Sei weg. Ja ne. Mit nach Hause schleppen. Na gut. Äh. Dann nehmen wir mal gleich für morgen eine nächste Quest mit. Würde ich mal sagen. Und ich würd mal sagen. Weil's so schön war. Machen wir nochmal ne selber. Ne. Zwick. Achso. Das ist ja noch. Äh. Äh. Nee. Ich hatte ja vorher sowas zu machen. Ihr seid abwechslungstechnischerweise. Haha. Na gut Leute. Wie kommt, wenn hat euch gefallen? Wenn ja. Denkt daran. Däumchen, Träumchen. Nicht verheißen. Äh. Wie gesagt. Auch wenn ihr neu seid. Wäre ihr ganz nett. Abonniert den Kanal. Kostet nichts. Und ihr seid immer auf dem Laufenden. Wenn eben halt ein neues Video bei mir kommen tut. Und so. Boah. 20. Morgen. Hält die Ohren steil. Tschüss.